Hallo zusammen. Heute gibt es einen speziellen Tipp. Und zwar geht es um Wechselschildrahmenhalter für das Auto. Ich weiss gar nicht, ob man in Deutschland zwei Autos mit einer Nummer haben kann. Bei uns in der Schweiz geht es auf jeden Fall. Und ich habe schon ganz schön viel Geld ausgegeben, bis ich endlich eine Lösung gefunden habe, die auch wirklich gut war. Herzlich Willkommen. Ich habe noch ein neues Mikrofon. Ich hoffe es klingt jetzt besser. Eventuell sieht man noch ein bisschen die tote Katze hier im Bild, aber ich hoffe es nicht. Ich muss mir da noch etwas einfallen lassen, es ist nämlich etwas länger. Auf jeden Fall, wie schon erwähnt, geht es heute um Wechselschildhalter. Wir haben mit dem Wohnmobil ja eines bekommen, das schon dran war. Ein normaler Plastikhalter. Schon nach dem ersten Winter war der durch. Und dann habe ich etwas Neues gekauft. Und einen Plastikhalter. Und ich fand, das ist doch noch gut. Hat sich allerdings als nicht so gut erwiesen. Hat jetzt ein Jahr gehabt. Hat irgendwie 30 oder 35 Franken gekostet. Und ja. Jetzt bin ich auf der Suche nach Alternativen. Und ich habe verschiedene Sachen ausprobiert. Und dass ihr jetzt von Anfang an richtig kauft, zeige ich euch jetzt die verschiedenen Varianten. Ja, wie ihr schon seht, das hier sind die üblichen Verdächtigen. Und das ist das zweite System, das ich hatte. Das habe ich gekauft. Ich glaube im Baumarkt. Die montiert man so dran. Ich kann dann die Nummer hier hineinschieben. Und dann machen wir das zu. Aber wie man sieht, ist das alles Plastik. Und die Nöpel da sind jetzt an dem noch ganz. Aber am anderen, am Wohnmobil, sind sie leider schon nach einem Jahr abgebrochen. Das ist also nicht so der Wahnsinn gewesen. Dann habe ich Version 2 gekauft. Ich glaube das ist von SwissClick, wenn ich mich nicht richtig erinnere. Auch Plastik. Hat da auf der Seite dann so Dings, wo man reindrücken kann. Und dann klappt man das Ganze raus. Und kann so quasi da die Nummer reinlegen. Zumachen. 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 Und dann halten sie. Ist an und für sich nicht so schlecht. Allerdings halt auch Plastik. Und ich weiss nicht, weil man sie manchmal auf und zu machen kann. Äh ja. Sind auch relativ teuer. Ich habe für diesen Teil hier. Ich glaube die kosten 40 Franken oder so. Die habe ich auch in einem Baumarkt gekauft. Ich glaube im Jumbo oder so. Äh und ja. Ich wollte dann für das Wohnmobil nicht noch einmal die gleiche kaufen. Weil ja eben es ist Plastik. Und ich weiss nicht wie lange das hätte ich. Dann habe ich da Version 3 gekauft. Das habe ich früher schon mal gehabt. Das sind so Dings, wo man da rein drücken kann. Das heisst das kommt als Auto. So als Auto. Und. 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 Dann leidet das so ein. Und ja. Aber wie ihr seht. Es steht extrem weit ab. Und es ist auch. Es lodert alles. Es ist nicht so der Wahnsinn. Dann haben wir aber einen Tipp bekommen. Von einem Zuschauer. Vielen Dank an dich Christoph. Und zwar hat er magnetische Halter. Respektive. Die Nummer ist magnetisch geworden. Und der Halter ist voll aus Stahl. Und. Und. Das möchte ich euch jetzt zeigen. Das hier ist also die Platte. Die dann ans Auto kommt. Schön massiv. Da geht es so. Da kann man gar nichts drücken und so. Und es hat hier die Profile. Und hier kommt dann nachher die Nummer mit einem Magnet dran. Und das hält also wirklich bombenfest. Ich zeige es so einmal. So. Da sind wir jetzt bei meinem Auto. Das sieht dann so aus. Und das hier ist die Nummer. Da sieht man auch schon. Da hat es die Magnet drin. Ich glaube so sieht man es da. Jetzt in dem Fall 6. An den grossen Nummern hat es 8. Und das einzige was man jetzt machen muss ist. Man legt die Nummer da unten an. Da hat es die Kerbe. Und zack. Hält also bombenfest. Wirklich sehr sehr gut. Die Wechselhalter sind von Perfect Click. Ich glaube sogar ein Schweizer Bude. Sind allerdings nicht ganz günstig. Ich habe jetzt mit dem Versand ich glaube 115 Franken bezahlt. Dabei sind zwei Wechselschildhalter. Also die Plastik-Creme. Wo die Nummer rein kommt. Und für zwei Autos die Platten. Also insgesamt zwei hintere lange Platten. Und zwei vordere kurze Platten. Die man als Auto schrauben kann. Es hat auch den Vorteil, dass es extrem nahe anliegt. Also da gewackelt gar nichts. Und es soll auch so fest sein, dass man durch die Waschanlage durchfahren kann. Also kein Problem mit dem neuen Auto. Und vom Preis her auf den ersten Eindruck. Ja 115 Franken ist nicht gerade wenig. Allerdings muss ich sagen. Wenn man die andere Plastik-Creme kauft. Und die sind 30, 40, 45 Franken. Da brauchen wir ja zwei davon. Also ist man eigentlich praktisch gleich teuer. Oder fast gleich teuer. Und das System hat mich also wirklich überzogen. Ich möchte noch schnell sagen. Das ist also keine Werbung. Ich werde nicht gesponsert. Ich habe mir die Teile alle selber gekauft. Ich wollte nur, dass ihr eure Fehlkäufe erspart. Und schaut euch die mal an von Perfect Click. Bis zum nächsten Mal. Wünsche ich euch jetzt eine schöne Zeit. Hebt's gut. Und fahrt immer sicher. Tschüss.